Oder dort, egal, dort außen. Was ist denn mit dir? Und dann muss da irgendwie rein gehen, da schauen, ob du da außen hast. Lauf! Über Wochen? Da ist kein Wochen da. Da ist ein Wochen. Das sieht's mir aber nicht. Kannst du ein Fragezeichen setzen? Das würde ich nicht. Ich halte mal die ganzen Gegner vom Haus, oder? Sind wohl nervt. Bei mir geht keine Sekunde zu. Oh mein Gott, da da. Also, bei mir ist ein Hufzeichen. Mach, du zerrennt den Bänder. Das ist die Bänder. Geh nicht damit rüber! Rüber! Robin, ich bin da draußen. Komm mal da. Wo ist keiner? Was? Man spricht alles gut. Rufzeichen, da durm ist Rufzeichen machen. Wieso machen bei mir nur Rufzeichen? Was ist das für Bullshit? Die haben mich nicht nur gesehen. Nein, 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 Fragezeichen! Der ist da vorne. Der ist da vorne. Der ist schlecht dumme. Aber dass sie sehen. Zwei Fragezeichen. Das ist ja... Nein, 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 nein. Wer hat das... Der Rufzeichen. Der hat das Ding! Der hat das Ding! Der hat das Ding! Der hat das Ding! Das sehen wir nicht! Wieso? Wieso haben wir jetzt noch Rufzeichen? Egal, ich verfolgt es einfach langsam. Mit Obstand. Ich bin gebüß. Wir müssen irgendwann wieder Fragezeichen gehen. Na komm schon! Was haben wir denn? Neue Barenker gehen auch noch wieder. SPIDERFAN! Der hat drunter von Freie treten. Komm mir da zu, wie? Dann musst du ja ausschleichen. Ja, hab ich drauf gefragt. Ausschleichen und... Steps hinter mir. Das ist ein Boot. Das ist ein Boot! Das ist ein Boot! Komm schon! Wieso zählt das nicht? Fünf Sekunden! Fünf Sekunden! Ich bin hier durchs und ich bin direkt hinter! Anlässer hinter! Ja, ich weiß! Das zählt aber nicht! Ich bin durchs! Das war eine kleine Nummer Wache! Wieso zählt der Fick nicht? Was ist denn das für ein Auftrag da schon wieder? Verpackte Depper, die Scheisse! Mist! Also bitte mit Kerstraben. Da ist die... Åhrmer du! Töterer! Geht der vor mir. Scheiße! Höfe! Aura! Über mich! Ich bin weg. Ich bin auch kurz vor der Aura. Oh, der ist immer noch da. Ich brauche einen scheiß Weg zu kriegen. Pass auf, Robin. Ich muss gar nicht wissen. Was ist der Aura? Ja, man denkt, ich habe nicht so viel Leben. Oh, der ist viel Leben. Wo ist? Ich habe keinen Schiammer. Wahrscheinlich im Dusch drin. Ja. In der Dusch. Ich bin der Dusch drin. Ich bin der Dusch. Ich bin der Dusch. Ich bin der Dusch. Hallo. Wow! Der ist recht. Schade. Ich habe keinen Volumen geschossen, entsprechend. Wo ist der Vorder? Ich habe keine Töten. Da ist aber auch die SGI-Ammo mehr. Ich habe keinen Tön. Das ist ein SGI-Ammo, dass ich noch nicht raus wollte. Das ist ein Scheiß Wieso wachen? Wieso wachen? Wieso wachen? Was tut das? Das kommt doch gar nicht. Fünf Sekunden, das war fünf Sekunden. Ja, das hat nicht mehr Zeit. Und die Wachen, wo bin ich jetzt? Entschuldigung, da unten. Versuchen wir was. Hochzeichen. In der Nähe, was heißt denn? Ich bin ja da. Schau. Schau, Robben. Es waren gerade fünf Sekunden. Ja, sicher waren es fünf Sekunden. Aber du steht null vor fünf und das müssen wir eigentlich aussie gehen. Das gibt es nicht. Der Auftrag ist verpackt. Das ist doch der erste Wappen. Was ist doch nicht? Ich muss spielen damit, dass eine Bewegung mit dran ist. Wo sind überhaupt noch scheiß Wachen? Ich hab den ganzen Ort eingehoben. Dieser Ort gehört noch mir. Ich hab die Wiese da. Das ist schon Wachen. Das ist erschossen. Das ist verpackt. Das kommt doch keiner Sau erzählen. Das war locker. Ich bin in einer schon 10 Sekunden hinterher geschlichen. Nein! Das scheiße nicht zu selbst. Oder mit der Ruby gehe ich einfach an. Das kann mich keiner umbringen. Was willst du? Es ist ein Schwerkrotz. Du hast gesehen, wie du es gegangen bist. Ja, ich habe den Entschossen. Dort hinten ist der scheiß Boss. Ich gehe jetzt noch mal ein. Nein, du f*** Kammer. Bei der letzten High Season war ich nicht dabei, Robin. Jetzt bin ich dabei. Scheiße, ich werde hier drunter liegen. Da ist ein Lenker. Da ist der Boss da unten. Scheißgeschütz gegen die O-Bahn. Ah, der ist noch Zumba-Damage, das scheißgeschütz. Ich weiß, heute kommt der Boss da. Die Miner gibt es gerne. Die Miner gibt es gerne. Nein! Na, kannst du doch gegen das Scheißgeschütz da öffnen, Robin? Ich habe die Mücke gemacht. Ja, was soll's? Ich gehe doch drauf gegen den Scheißgeschütz! Ich denke aus, seit der Zohle wird und rinke. So bitter bisserl. Wie ich dir an einem Scheißgeschütz. Ich will da so ein Ressort stöhnen, wenn ich so eine Wacke da herkomme. Ich muss schnell gehen. Ich will ja vielleicht nicht. Was ist mir gefangen? Oh, was ist denn da für ein Scheiß? Weil du nicht da her her gehst. Das war's egal. Nein, Scheißgeschütz! Ich gebe noch nie! Ich regnen und steuere. Jeder muss gepMON. Ich habe Psychisch classical zapfration gehen. Ich war echt nicht in zwei Machen. Ich sollte nur needs ein Schatar encontramos. Ich steuere, ich sch Der Wall ist open! Ich muss jetzt sparen doch! Wo stehe ich jetzt? Wie das? Hey, es gibt die Kids Schockwellenwerfer! Und ein Gunnar-mythische Starkl! Was weiß ich! Schockwellenwerfer! Ich drücke mich hinterm Tresor, weil seiner Meinung nach wohl bin! Was funktioniert eigentlich? Na komm schon! Kann ich wachen? Nein, wieso ist das denn mit? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, shit. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich geh als Zuf! Nein, die bringen Spinnstoff! Wieso bringst du dir um? Du bringst jetzt keine Wache um! Wie würden wir das normal wären? Aufhören! Das ist ein starker defektion. Wo ist die Wache? 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 Der Konrad ist wohl wegen dem Weg rum. Das tun wir doch nie aufreißen. Das ist aber Fragezeichen. Nein, die Stammerzone! Oh, die Laser verändern sich andauernd. Das sind mehr hart klar. Entweder du brauchst einen schissloser Ramme. Nein! Entschuldigung! Eniger Der nächste Aft mentale ist nur schießend. Na, der ist auch schießend! Sollen wir Saves und Hohle bohren? Achso, Saves und Hohle bohren. Wie viel? Drei. Schau, das geht ja noch. Spotsal, Schlüsse, Schlüsse, Schlüsse. Ja, du kannst ja Schlüsse meistern. Easy. Komm, ich fahre mit den Zonen. Ja, ich fahre mit den Zonen. Scheiße. Ich wüsst gerne. Wieso? Den nahm er aufs Sitz, gell? Und dann nicht die Krone verteidigen. Ja, ich kann ja nicht die Krone. Die nicht die Krone. Na super, irgendwer... Dann haben wir da durchschlagen. Ich wüsste auch den Auto drüben nehmen. Scheiße. Da kann er durch, glaube ich. So ein Schockbewerfer. Verkehrt. Was für ein Wüft hat denn da nicht ganzes Geld? Ich habe ein paar Saft. Da habe ich noch nichts los. Ich habe super, ich kann nicht two-mal erkennen, Ich kann mich in der Mund aufglasen. Oh ich habe den Moth aufglasen. Oh, es ist nicht in der Auffel aufglasen. Ich habe noch einen Hauptschluss. Wir müssen den Turm an einmal oben. Ich bin der Starrohrer nicht so schnell auf, der Tonne ist nab. Geh. 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 Nein. 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 Ich bin nicht so schnell, aber es ist ein Tower. Ich habe Hermann Kanzler gebrochen. Ich bin ein Tower. Es wäre ein Spiel. Ich bin ein Tower. Ich bin ein Tower. Ich kriege den Terrain. Okay, immer rauf dahin. Zugangskarte bin ich. Ob ich die Ballade auf die Bord. Auf die Flüße. Auf die Flüße. Auf die Flüße. Äh, äh, äh. Hier ist die Tieter. Ich muss jetzt die Tieter. Hey! Ah, ich hab jetzt die Tieter. Ich hab schon längst aktiviert. Da sind noch Satcheln, Robin. Was ist so? Was ist das? Mach auf. Da sind noch zwei Satcheln, Robin. Da sind noch zwei Satcheln. Nimm mich. Ich hab jetzt noch einen Satcheln. Ich hab jetzt noch einen Satcheln. Hast du vielleicht Raketten, Amu? Ja, das war wieder, gell. Ich weiß, wo die Zone hingeht weiter, oder? Nächste Zone geht hier hin. Das ist die Mitte. Ich hab zwei Schuss. Gut, dann gib mir's. Wir gehen ungefähr da hin, Robin. Wir gehen da hin. Ich hab jetzt noch einen Satcheln. Ich hab jetzt noch eine Karte. Ich hab jetzt noch einen Karte. Ich hab jetzt noch einen Karte. Da hinten? Da hinten? Wo?! Da hinten? Da hinten? Wo? Wo möchtest du das? So ist wirklich her. Ich hab jetzt noch einen Karte. Oder? Du gehst noch immer drauf, als ich gehst. Ich weiß. Jedes Mal. Ich kann ja auch nicht mehr rebooten, weil... ... das geht zu können. Hey, Bader! Okay. Ja. Ja. Jetzt müssen wir es riskieren. Ich kann nicht bauen. Ich kann auch von ihm so sehr ausschnäppen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr wissen, Robben. Ich mach das wieder. Viel Leid, wow. Komm, in so eine Situation wie der vorhergerund. Robben, da ist einer. Im Haus. Oh, shit. Ich mach das mal weg. Ich muss nicht zonen. Deswegen hab ich aber keine Sachen. Ich hab keinen Werfer. Ich hab keinen Werfer. Ich hab keinen Werfer. Der. Der. Jetzt? Der. Der nächste Zone geht in der Richtung. Zone. 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 Zonen gehen in meine Richtung und dann geht's, du dumm, Richtung We-Start-Bus. Wie viel Damage muss die Zonen? 8er Damage. Das kann ich nicht durchhören, gell? In die We-Start. Oder? Gerufen, Robi. Ah, restarten. Ich hauere. Da ging er in die We-Level-Ebene. Jetzt hauen wir das ein. Weil ich genau nicht den Move machen wollte. Ich muss ja auch schauen, dass wir wieder hier sind. Hande! Okay. Ich weiß, ob nichts braucht. Egal. Zwei gingen an. Ich müsste nichts für erlauben. Sieh nicht auf. Ist ja auch die Mütterste. Ich hab's dran gemerkt, jetzt. Scheiß Stumdrucker dann da. Scheiß Geschütz. Boah, das geht. Oh mein Gott. Es ist nicht noch ein Kopf. Das ist ein Kielskopf. Stache Runde.